So, guten Tag, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Kampf der Systeme, China Stimulus, Saudi-Arabiens Ölwende. Es war einiges los in dieser Woche. Wir sehen zum Beispiel hier, dass die USA immer weniger Öl importiert aus Saudi-Arabien. Guten Tag, mein Name ist Urban Jekle. Sie kennen mich vom Feierabenddepot. Wenn Sie kein Video mehr verpassen möchten, einfach rechts unten den Kanal abonnieren. So, auf was schauen wir heute? Wir schauen natürlich auf die massiven Stimulationsmaßnahmen aus China, die die Börsen noch höher gebracht haben, insbesondere Gold, Silber. Und die Aktien sind weiter gestiegen. Und dann gibt es spannende Entwicklungen aus Saudi-Arabien, wo im Endeffekt die Saudis einbrechen und jetzt mehr Öl fördern. Fangen wir aber jetzt mal an mit China. Massiver Stimulus. Chinas Zentralbank stützt die Krisen der Wirtschaft. Wir wissen ja, oder Sie wissen ja auch, dass es da eine Immobilienkrise gibt seit mehreren Jahren. Und es drohen jetzt so verschiedene Ziele verfehlt zu werden. Und die Zentralbank hat jetzt überraschend reagiert. Die größte Zinssenkung seit vielen Jahren gemacht. Und die Märkte reagieren sehr stark. Also China zum Beispiel, der Hang Seng Index, hier gestiegen, hat diesen Abwärtstrend durchbruchen. Ist auch jetzt in diesem Jahr positiv. Und hat auch einen langjährigen Abwärtstrend zum S&P 500 nach oben durchbruchen. Und die Frage ist natürlich, wie es hier weitergeht. Wir sehen jetzt hier, das Ganze, die letzten paar Monate waren schwach. Und dann in diese Schwäche hinein ein massiver Anstieg hier ungefähr von 12% innerhalb von wenigen Tagen. Und die Saisonalität im Rest des Jahres sieht auch gut aus in China. Und was noch gut aussieht für China, wir haben einen hohen China-Pessimismus. Und der ist ähnlich hoch im Moment, ist diese untere rote Kurve hier quasi Short Interest. Wie also, wie viele Short-Positionen das gibt bezüglich China. Wir sehen, es war 2016 schon mal so hoch und hier 2020. Und beides war eher so der Beginn von einem einjährigen Aufwärtstrend. Und jetzt sind wir hier. Also da könnte schon noch Potenzial für China da sein. Auch gut ist es für den DAX, weil hier sehen wir Korrelationen, wenn wir China betrachten mit so einem Asien-Index und den DAX verglichen mit dem MSCI Europa. Dann sehen wir, dass die beide relativ eine ähnliche Performance haben. Das ist auch logisch, weil die deutsche Wirtschaft stark von China abhängt. Insgesamt sehen wir natürlich mit diesen Stimulationsmaßnahmen von China, dass wieder noch mehr Geld in die Märkte kommt. Und ich habe das mal als Wettlauf der Systeme bezeichnet. Wir sehen halt hier, wie die globale Geldmenge jetzt wieder steigt, nachdem sie hier zurückgefahren wurde. Im Endeffekt mit diesen weltweit vielen Zinssenkungen. Aber es kann sich halt kein Land auf Dauer erlauben, wie jetzt zum Beispiel China zurückzufallen in die Wirtschaft. Oder auch die USA kann es nicht erlauben. Stellen Sie sich mal vor, die USA würden jetzt einfach nicht mehr international zum Beispiel investieren in die Ukraine. Dann ginge da sofort dieser Krieg verloren oder nicht sofort, aber es ging auf Dauer verloren. Und ähnlich sieht es für China aus. Und gleichzeitig in den USA gibt es natürlich auch nochmal einen Wettlauf zwischen den Präsidentschaftskandidaten. Und auch da möchte keiner sparen. Hier zum Beispiel die USA-Fiskalmaßnahmen in letzter Zeit von Sachen, die man halt nicht so unbedingt, also die man eigentlich nicht vernachlässigen kann, die einfach geleistet werden müssen. Also Zinszahlungen, Social Security, Medicare und da gibt es die letzte Zeit noch deutlich mehr Stimulus. Also es gibt überall Stimulus. Und dann gibt es auch noch diesen Ölkrieg, wo die Saudis jetzt einbrechen und die Wirtschaft natürlich zusätzlich noch beleben, indem sie die Ölpreise tief halten. Und das trifft vor allen Dingen Russland. Hier wird drüber spekuliert in diesem Artikel, dass es Russland hart treffen könnte, weil natürlich Russland stark am Öl hängt. Die exportieren ja viel. Und das ist ihre wichtigste Einnahmequelle. Für die USA ist es natürlich eine gute Sache, wenn die Saudis jetzt auch mehr Öl produzieren und dann der Ölpreis fällt, wie wir hier sehen. Und die USA hat es im Endeffekt schon jahrelang gemacht, dass sie sich von den Saudis unabhängiger macht. Wir sehen hier die Importe, wo viele Jahre sind, die zurückgegangen. Das liegt daran, weil man gleichzeitig hier massiv die eigene Produktion erhöht hat. Hier zum Beispiel von 4 Millionen Barrel auf 13 Millionen Barrel innerhalb von 12 Jahren. Und das bringt im Endeffekt weniger Inflation, wenn die Ölpreise tief sind und nützt der Wirtschaft. Und da geht es natürlich gar nicht um Klimaschutz, weil eigentlich ist ja Biden auch angetreten als Klimaschützer. Das wurde so oft gesagt. Aber wir sehen, er hat eigentlich die Ölproduktion genauso ausgeweitet wie Trump, dem das ja immer so nachgesagt wurde mit dem ganzen Fracking und diesen Sachen. Und Biden macht es aber auch, weil es einfach wichtig ist für die Wirtschaft und die läuft deswegen weiter. Auch natürlich mit diesen Stimulationsmaßnahmen, aber auch mit den niedrigen Ölpreisen. Und wo wir gerade auf China geschaut haben, sollten wir auch mal auf Indien schauen, weil im Vergleich holt nämlich Indien auf. Wir sehen hier zum Beispiel die Gewichtung in den Emerging Markets, also in den Emerging Markets ETFs. Da sehen wir, da war China die ganze Zeit dominant, hatte schon ein Gewicht von 40%. Das Gewicht hat sich aber jetzt reduziert auf so ungefähr 26%. Und Indien hat immer mehr aufgeholt, hat sein Gewicht von 10%. Jetzt erhöht es bald über 20% und kommt China immer näher. Und auch die Zuflüsse in die indischen ETFs, die sind am Rekord hier zum Beispiel im Juni, massive Zuflüsse in verschiedene ETFs. Und das liegt auch daran, dass die indische Wirtschaft einfach am stärksten wächst. Im Moment im Jahr 2024 6,7% und projiziert auf 6,8% im nächsten Jahr. China ist auch noch am dritten Platz hinter Indonesien, aber hatte sich halt doch ein bisschen mehr erwartet. Vor allen Dingen sehen wir hier nächstes Jahr eine kleine Abschwächung. Deutschland übrigens hier natürlich ganz weit hinten, leider nur 0,1% oder vielleicht ist es sogar eine Schrumpfung nur noch Japan und Argentinien in dem Jahr schlecht. Aber wir sehen Argentinien, da verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen schafft den Turnaround. Und das wäre natürlich Deutschland dann auch irgendwann mal zu wünschen, dass sie sich mal von dieser unsäglichen Wirtschaftspolitik langsam verabschieden. Keine Planwirtschaft mehr machen, sondern mehr mal wieder der Wirtschaft Freiheiten geben. So, apropos Indien, dann sehen wir halt zum Beispiel den MSCI India von iShares. Einfach ein ETF, weil einzelne Aktien sind schwer zu finden. Zum Beispiel, wenn Sie da ein ETF suchen, einfach mal auf dieser Webseite justetf.com. Und da sehen wir zum Beispiel, dass Indien über 30% dieser ETF im letzten Jahr zugelegt hat. Jetzt schauen wir aber mal auf Gold und Silber. Die sind natürlich auch Profiteure von diesen ganzen Maßnahmen, zum Beispiel von den Zinssenkungen in China, aber auch von den Zinssenkungen in der Schweiz. Das Gold ist jetzt auch zum Schweizer Franken hier nach oben ausgebrochen. Und Grund war da unter anderem auch die Zinssenkung der Schweizer Notenbank, die den Leitzins auf 1% gesenkt hat. Gold insgesamt sehen wir hier. Hat ein deutliches Hoch erreicht. Marschierte seit mehreren Monaten. Also hier im Februar standen wir noch bei 2.000 oder im Januar ging es darum, die 2.000er Marke zu knacken oder zu halten. Und jetzt ist das Gold einfach mal bei 2.658 Dollar. Gleichzeitig mit diesem Anstieg haben sich aber immer mehr Spekulanten eingefunden. Wir sehen halt immer, wenn es so viele Spekulanten gibt. Das war zum Beispiel hier. Dann gab es danach so einen Rückgang. Und ich rechne eigentlich schon länger damit, dass es eigentlich hier mal so ein bisschen korrigiert oder anhält. Aber es gibt einfach zu viele positive, fundamentale Faktoren, die das Gold hier immer weiter angetrieben haben. Nächste Woche, also ab dem 1. Oktober, ist in China eine goldene Woche. Und da war ich gerade auch so, ich war auf der Anlegermesse, hatte da viele Gespräche in Düsseldorf. Und habe einen ausgewiesenen Goldexperten da auch mal getroffen. Und der meinte, es könnte zum Beispiel sein, dass manipuliert wird Anfang dieser chinesischen Woche. Weil da verschiedene Tage sind halt Feiertage. Da sind die Chinesen nicht so aktiv. Und dann kommt manchmal die Zeit der Manipulatoren. JP Morgan könnte dann wieder massive Shorts fahren. Also seien sie da drauf gefasst. Wenn er recht hat, dass es vielleicht dann mal im Gold Rücksetzer gibt. Vielleicht sind es dann aber auch Kaufgelegenheiten. Zum Beispiel für so eine Aktie wie New Moon, die ich selber im Depot halte. Einer der größten Goldproduzenten der Welt. Oder vielleicht der größte. Und wir sehen, die sind gerade am Ansteigen in diesem Jahr. Und die sind auch von der Bewertung her noch nicht überbewertet. Wenn die Gewinne eintreffen. Und vor allen Dingen, wenn die hohen Goldpreise so bleiben. Dann haben die halt so mit so Produktionskosten. All-in-Sustaining-Kosten von so 1.400 Dollar, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und der Goldpreis bei 2.700 Dollar. Dann steigen halt die Margen zwischen dem, was die verdienen können, recht deutlich an. Und man hat da sogar einen Hebel quasi im Endeffekt auf den Goldpreis mit so einer Mine. So, dann kommen wir aber zu Silber. Und Silber ist also von vielen unterschätzt. Wenn wir hier aber mal schauen. Das ist eigentlich in diesem Jahr sogar noch stärker gestiegen als das Gold. hat nämlich ungefähr, oder ungefähr gleich, beide ungefähr so 30%. Aber wir sehen, das Silber hat so die letzten paar Wochen aufgeholt zum Gold. Das liegt natürlich jetzt auch an diesen Zinssenkungen. Weil man halt hier befürchtet hat, dass man in eine Rezession geht. Oder das kann man immer noch befürchten. Aber wenn die Rezession vermieden wird durch Zinssenkungen, dann könnte das Silber halt noch mehr aufholen, wenn die Wirtschaft wieder anspringt. Während das Gold halt eher so ein reines Anlagemetall ist. Und Silber, apropos Indien, Indien hat Rekordniveaus an Silber-Importen jetzt gerade erreicht. Das ist natürlich auch positiv für das Silber. Und wir sehen, das Silber hier ist nach oben ausgebrochen aus diesem Keil hier. Hat auch einen schönen Aufwärtstrend seit 2020. Hat sich der Silberpreis ungefähr verdoppelt. Von 15 Dollar pro Unze auf 30. Also das ist wirklich noch, da kann man noch einzelne Unzen kaufen. Während zum Beispiel eine Goldunze kostet ja 2.500 Dollar. Und dieser Unterschied ist quasi das Gold-Silber-Verhältnis. Also 90 Silber-Münzen braucht man ungefähr. Oder 80 für eine Gold-Münze. Und wir sehen eigentlich, es wird immer so gesagt, ja das Gold-Silber-Verhältnis ist viel zu hoch. Ja es war hier schon mal ein bisschen tiefer. Zum Beispiel war es bei 70. Aber so die letzten paar Jahre ist es relativ stabil seitwärts gelaufen. Natürlich, wenn wir mal 30, 40 Jahre zurückschauen, dann war das Gold-Silber-Verhältnis von 20. Und daher könnte das Silber auch noch weiteres Potenzial schöpfen. Das braucht es aber eigentlich gar nicht. Weil im Gegensatz zum Gold, wo wir gesehen haben, wo viele long positioniert sind Spekulanten, herrscht beim Silber ziemlich viel Pessimismus. Also wir haben im Moment so einen Silberpreis von 32 Dollar, den Spotpreis. Und die Vorhersagen von Wall Street Analysten sind 28,30, 28 Dollar die nächsten Jahre. Also wir haben sehr viel Pessimismus und das ist meistens eine gute Basis für Anstiege. Weil das heißt, dass diese Fondsmanager auch nicht so stark positioniert sind. Und wenn dann die Preise ansteigen, dann sind die gezwungen, den Trend hinterher zu rennen und verstärken den. Ganz zum Schluss schauen wir noch auf Kupfer. Weil von dem wird nicht so viel berichtet. Aber wenn wir da mal drauf schauen, Gold verglichen mit Kupferpreisen, sehen wir, dass das Gold hier also gestiegen ist, auch über mehrere Jahrzehnte. Aber dass Kupfer eigentlich gar nicht so viel höher steht, wie ich zum Beispiel hier in dieser Phase 2005 bis 2009. Also eher so seitwärts. Und Kupfer wird natürlich weiterhin gebraucht. Und wir sehen, ähnlich wie bei vielen Rohstoffen, dass hier die Produktion runtergefahren wurde. Also wir sehen hier von 2013 bis 2020 wurde eher noch mehr produziert als jetzt. Und zum Beispiel in Schiele. Und Schiele ist immerhin verantwortlich für ungefähr ein Drittel der weltweiten Kupferproduktion. Und wenn natürlich weniger produziert wird und die Nachfrage bleibt weiter hoch, dann wird das Kupfer auch irgendwann mal wieder anspringen. Vor allen Dingen, weil die Nachfrage wird auch mit dieser ganzen Elektrifizierung, Stichwort Datencenter, man muss gar nicht daran denken an die Elektroautos, da glaube ich nicht so extrem dran, auch wenn die gefördert und subventioniert werden. Aber Kupfer ist definitiv ein richtig wichtiges Metall für die Elektrifizierung. Dann zum Schluss noch ein kurzer Blick zurück auf die Anlegermesse Düsseldorf. Hier ein kleines Bild mit Thorsten Eberhardt, ein guter Kollege von mir, der macht auch viel mit Optionen. Da hatte ich einige Gespräche mit Kunden. Ich hatte auch ein Webinar am Freitag mit WH Self-Invest. Danke an alle, die da dabei waren. Und dafür gibt es dann im Moment zwei Angebote. Einmal für das Feierabend-Depot. Das können Sie für einen Euro im Moment testen im Monat. Die Folgemonate sind dann 39 Euro statt 49. Den Link finden Sie unter dem Video. Und das ist die Performance im letzten Jahr von meinem Live-Depot, was ich also richtig selbst getradet habe. Und dann gibt es noch ein Angebot für meinen Optionskurs. Auch das habe ich selber getradet. Von 30.000 Euro auf mittlerweile 58.000 Euro. Da können Sie einen Optionskurs erwähren. 20% Rabatt bis zum 8. Oktober. Den Link finden Sie auch unter dem Video. Mit dem Optionskurs bekommen Sie ein Master-File, das gleiche Layout wie ich haben. Und können so meine Strategien 1 zu 1 lernen mit relativ wenig Zeitaufwand. Ich würde so sagen, jeden Tag ungefähr 5 bis 10 Minuten müssen Sie einmal draufschauen. Und ab und zu müssen Sie bestimmte Aktien finden, die man dann zum Beispiel traden kann. Und das ist alles in diesem Videokurs erklärt. Außerdem wird das Ganze begleitet durch eine Discord-Gruppe und monatliche Webinare. So, dann komme ich zu dem Fazit dieses Videos. Wir hatten eine sehr spannende Woche. Und wieder mal eine positive Woche für Gold, Silber und für die Aktien. Weil China war ja die ganze Zeit so ein Damoklesschwert mit dieser Immobilienkrise. Es ist auch weiterhin. Aber mittlerweile ist es so, je größer die Krisen sind, desto höher steigen die Kurse. Weil Krisen sind immer damit verbunden, dass es noch mehr Stimulationsmaßnahmen gibt. Und das ist fast schon ein Wettlauf. Da machen die USA mit, mit Fiskalmaßnahmen. Und China senkt jetzt halt auch wieder die Zinsen. Andere Länder senken auch die Zinsen. Zum Beispiel die Schweiz. Und das bringt halt verschiedene Anlageklassen immer höher. Da hatten wir einiges diskutiert. Zum Beispiel Gold ist auf dem neuen Hoch. Aber vor allen Dingen Silber hat Nachholpotenzial. Und Kupfer sollte man auf dem Schirm haben. Gleichzeitig sind die Ölpreise gedrückt. Auch das ist positiv für die Wirtschaft. Da sorgen auch die USA dafür. Weil das natürlich wichtig ist, dass man günstige Energie hat. Und so hat man einerseits niedrigere Inflation. Weil das Öl wird direkt überall gebraucht. Denken Sie daran an der Tankstille. Wenn jetzt da die Steuern nicht so hoch wären wie bei uns. Dann merken es halt direkt die Verbraucher, dass sie günstiger tanken können. Und das ist schon mal ein bisschen deflationär. Und hilft der Wirtschaft und den Aktienkursen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Zum Schluss finden wir den Haftungsausschluss. Ich profitiere natürlich davon, wenn Sie da manche Sachen nachtraden. Wie zum Beispiel eine Newmont Mining. Manche Aktien habe ich da selber im Depot. Sie handeln immer auf eigenes Risiko. Und ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.